Gibt es hier immer einen Cookie-Clicker oder so eine Scheiße? Das ist ein scheiß Cookie-Clicker. User was moved out of your channel. What the fuck? Was hast du jetzt daraus gelernt? Oh ne, was war mein Microfasswort? Oh nein, jetzt geht's los. Wisst ihr was lustig ist? Was denn? Bei Guardians of the Galaxy, also bei den Telltale, gibt's... Also ich download grad die nächste... User was moved out of your channel. User was moved to your channel. What the fuck? Hat Lucky irgendwas gesagt? Hier steht doch irgendwie... Custom Map Seeds. Hier steht irgendwie irgendwas drin. Ich bin der alte Klegger-Sau. Alter, kannst du jetzt mal aufhören? Ich bin der alte Klegger-Sau. Loser was moved out of your channel. Ich bin der alte Klegger-Sau. Vor allem wir sind im Philips-Raum. Nämlich ich wundern, wenn er wieder reinkommt. Er soll weggehen. Jetzt ist er bei Lucky und Henne. Ja, Daniel, weg blank. Ja, hier. Altsen. Oh, fuck! Was war mein Passwort? Ja, Altsen. Stimmt, Daniel, Hunter. Altsen. Ich hab mich so gesehen. Und ich dachte... Was zum Teufel war jetzt los? Keine Ahnung, Alter. Hey, hier ist hier der Reiner Linkler. Hey, warte, ich muss mir der Text im Hintergrund reinhauen. Ist schon tot. Und dann sag ich dir so, ja, verpist du aus dem Channel, Alter. Hast du den Arsch auf? Und ich so, ja, ich spresse. Und dann bin ich rausgezappt und hab gemerkt, dass ich nicht mehr bei euch war. Boah, wie kann man das nicht hören? Äh, ich hab das ausgeschalten wegen GTA ERP. Die Stimmen sind doch ja komplett anders, Mann. Ja, ich hatte irgendwie so einen Soundwort. Hey, Grilli, dein Texture Pack wird mir nicht angezeigt. Wow, ich kann's nicht downloaden, weil es abschmiert. Oh, jetzt wird's angezeigt. Du bist so glattenscheiße! Guten alten Sounds. Hey, das Texture Pack ist gar nicht mal so scheiße. Ich will's auch haben. Ich will's bewerten. Von 0 bis minus 1. Alter, was ist das für ein Schwein? Nein, ich wusste gar nicht die Zeit. Was? Hat das Schwein gerade gesagt, ich bin der alte Kleckersau? Alter, der spammt die ganze Zeit, Alter. Okay, wer war das? Ich hab das nicht. Ich hab das nicht. Ich hab das nicht. Komm, er sagt schon, er war's nicht, ne? So, Haribo. Ich hab den Sound immer noch. Fabian, das war ich wirklich nicht. Du weißt, was das heißt. Wir sehen uns in einer Minute wieder. Wir sehen uns in einer Minute wieder. Jetzt wieder. Hier ist wieder. User was moved out of your channel. Wer ist was? Warte, du musst dich wieder hochmoven, du kommst ja gar nicht alleine wieder hoch. Warte, warte, warte. Warte, warte. Warte, warte, warte. Warte, warte, warte. Warte, warte, warte. Ich bin wieder mit dem Out rein gefahren. Alter! Grilly, hast du die Schafe in Ralf verwandelt? Ich bin wieder mit dem Out rein gefahren. ja ich mach das mal rein gib mir einen Daumen nach oben gib mir einen Daumen nach oben oh Gott was sind das Alter was sind das denn für billige was sind das denn für billige Baumtexturen alter als ob er das wirklich sagt oh nein oh nein 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 warte warte ich will es sehen nein 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 ich habe es nicht gesehen 40 Kilo zu viel das ist doch nicht wow das sagt zwar was aber es sieht nicht so aus okay jetzt reicht es mir ich bin raus oh na scheiße das sind so billige Baumtexturen was hast du mit den trägigen Bäumen gemacht ich finde das nicht so scheiße ich mag das Texturenpack aber warte das muss ich tatsächlich mal nachgucken bei mir ist Farce ah ja jetzt sehe ich es alter ihr müsst mal fast rein machen das sieht richtig krebs aus ey warte warte kann ich nochmal die Version machen ich habe vergessen Alter wie scheiße sieht denn fast aus ja ne jungen jungen drachen dort ey ey wir müssen uns den ganzen Garten voll drachen dort machen und dann kommt ein und ralf ey jungs warte mal ich komme ich bin ne halbe Stunde hey hey sag mal grilli wenn ralf ein Schaf ist und Drachenlord ein Schwein was ist dann Arthur ich will den Schneeberg da gehen ich will da ganz oben wohnen oh ne das Problem an dem Schneeberg ist Hallo hier ist der Wasi zu euch sagt er auch was Hahahaha Adriel wer da oben ist man dauert das lange Hallo, hier ist der Wazi-Troll Will ich mich jetzt verheißen? Da ist ein Mini-Wazi Da ist ein Mini-Wazi Hallo, hier ist der Wazi-Troll Ist ein Mini-Wazi Wer war das jetzt? Ich muss mich einbuddeln Da Ich buddel mich auch ein Da Nein Oh Gott, ein Zombie Oh, warte, Skrilli Nein, weg hier Nein Scheiße Nein 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 Lass mich hier nicht rein Lass mich nicht alleine Das ist Burschtab Du Ich hab's bald geschafft Nein, du Du hast grad die einbuddeln Hey, du Wichser Wie viel Leben hattest du denn? Ein halbes Herz Alter Hallo, hier ist der Wazi-Troll Hey, warte mal, kannst du teleportieren? Ja, ich hab OP, du Idiot Ja, warte mal, kann man das auf den Standard-Servern mittlerweile? Nein Achso, hast du hier doch Mods rein Hä, nein, das kann man in Minecraft, du Idiot Was? Seit wann? Alter Oh, hier ist der Wazi-Troll Alter, du willst mich schon verarschen, Alter Oh Mist Lass uns da rauf auf den Berg Ah So Geißner Ja, die Nacht geht mir auf und sagt, deswegen mach ich sie weg Ne, 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 ey, wir müssen das survivalmäßig jetzt durchziehen Ja, aber ich muss kurz was einstellen, ja Ah 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 Wette, nein, er ist bei mir drin, er ist bei mir drin Ah 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 Ich komm gleich nach Bitte nix bei mir machen Ich hab schon wieder irgendwer irgendwas machen hören Ich mag das Textur-Impact